Ihre persönliche Chipkarte für das Berlin-Abo. Wer weiß, wie lange noch. Moin, ihr Sonnenscheine. Manche Leute sind sehr gut darin, die Opferrolle zu spielen, obwohl sie selbst die Täter sind. Und ertappt du dich schon. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salut, hier aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.